Willkommen zu meinem Review Video über das Zwilling Fresh & Sarve Vakuum Pump. In diesem Video werde ich dir alles über dieses Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für dich sein könnte. Also lass uns gleich loslegen. Das Zwilling Fresh & Sarve Vakuum Pump ist ein praktisches Gerät, mit dem deine Lebensmittel bis zu 5 mal länger frisch bleiben als bei herkömmlicher Lagerung. Dadurch sparst du nicht nur Zeit und Geld, sondern vermeidest auch Lebensmittelverschwendung. Die Fliebers und Nährstoffe bleiben erhalten, so dass du immer gesunde und leckere Mahlzeiten genießen kannst. Was dieses Produkt wirklich einzigartig macht, ist die Kompatibilität mit der Zwilling App. Jede Vakuum Aufbewahrungsbox und jeder Vakuum Beutel ist mit einem QR Code ausgestattet, über den du den Frischegrad deiner vorbereiteten Lebensmittel bequem über dein Smartphone verfolgen kannst. Das ist wirklich smartes Meal Prepping. Die Box enthält die Zwilling Vakuum Pump in der Farbe White Lamea. Sie hat einen Durchmesser von 4,5 cm und eine Höhe von 19,5 cm. Die langlebige Lithium-Ionen-Batterie mit 3,7 V und 1200 mAh sorgt für eine lange Nutzungsdauer. Das mitgelieferte Ladekabel mit USB 2.0 Typ A und Micro-USB-Anschluss hat eine Länge von 0,3 m. Die hochglänzende Kunststoff-ABS-Konstruktion und der Lebensmittelächte-Silikon-Vakuum-Aufsatz machen dieses Produkt nicht nur funktional, sondern auch stillvoll. Aber lass uns nicht nur über die technischen Details sprechen. Lass uns einen Blick auf die Bewertungen werfen. Ein Kunde namens R-CH schreibt, dies ist die zweite Vakuumpumpe, die ich kaufe, weil ich meine im Urlaub vergessen habe und nicht ohne sie sein kann. Ich habe meine erste Pumpe in den letzten zwei Jahren mehrmals täglich benutzt und sie hat immer perfekt funktioniert. Sobald ich bemerkt habe, dass ich sie vergessen habe, bin ich auf Amazon gegangen und habe diese gekauft, die einen sehr günstigen Preis hatte. Ich habe sofort nach Erhalt angefangen, sie zu benutzen und habe keine Beschwerden. Sie kam bereits aufgeladen an, aber ich werde sie aufladen, um die volle Batterie zu haben. Eine Ladung hält mir Monate, wenn ich sie mehrmals täglich benutze. Die Farbe ist wirklich schön und passt zu einigen meiner Zwilling-Vakuum-Behälter. Sie hilft mir sehr bei den Vorbereitungen und vermeidet es, jeden Tag kochen zu müssen oder Lebensmittel zu verschwenden. Ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Ein weiterer Kunde mit dem Namen Bergermann schreibt, gutes Produkt, wie man es vom Zwilling gewohnt ist. Wir möchten das Produkt verwenden, um Fleisch schnell einzulegen, sodass man nicht 24 Stunden warten muss, bis die Marinade eingezogen ist. Herkömmliche Vakuumierer sind zu schwach und bessere Geräte sind wesentlich teurer. Wir hoffen, mit diesem Produkt eine Zwischenlösung gefunden zu haben. Der Test steht noch aus. Diese positiven Bewertungen zeigen, dass das Zwilling Fresh und Sabe Vakuumpump von zufriedenen Kunden hochgeschätzt wird. Es ist nicht nur ein praktisches Werkzeug für die Küche, sondern auch ein zuverlässiges und langlebiges Gerät. Natürlich hat jedes Produkt seine Stärken und Schwächen. Ein Kunde namens Retrode-Segner schreibt, man muss vorweg sagen, dass ich schon seit vielen Jahren Vakuumierer nutze, also reichlich Erfahrung damit habe. Die Vakuumpumpe von Zwilling ist so schlecht konzipiert, dass es bereits beim minimalen Ansaugen von Flüssigkeit zum Kurzschluss kommt und die Flüssigkeit oben am USB-Anschluss wieder austritt. Das Ganze trotz korrekter Positionierung des Beutels und Einsatz der Marinierhilfe. Zudem war die Flüssigkeit, Gulasch, noch relativ träge und nicht dünnflüssig. Auch die Vakuumbeutel funktionieren trotz sorgsamen Auswaschens nur beim ersten Mal einigermaßen gut. Für Zwilling die Lizenz zum Gelddrucken, für den Verbraucher teuer erkaufter Will. Es ist wichtig, die Meinungen der Kunden zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Insgesamt hat das Zwilling Fresh & Save Vakuumpump eine Durchschnittsbewertung von 4,5 von 5 Sternen basierend auf 61 Bewertungen. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Zwilling Fresh & Save Vakuumpumpump ein großartiges Produkt ist, das dir dabei helfen kann, deine Lebensmittel länger frisch zu halten und Zeit und Geld zu sparen. Mit der Kompatibilität zur Zwilling App hast du immer den Überblick über den frische Grad deiner Lebensmittel. Obwohl es einige negative Bewertungen gibt, überwiegen die positiven Erfahrungen der Kunden. Wenn du also an diesem Produkt interessiert bist, findest du den Link in der Videobeschreibung, der dich zur Amazon-Seite führt, wo du es kaufen kannst. Indem du über diesen Link kaufst, unterstützt du nicht nur mich und meinen Kanal, sondern profitierst auch von den Vorteilen dieses großartigen Produkts. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.